Das ist ein schönes Teil noch. Das ist so freundlich, wenn der an dem Haus wohnt, ich kann es nicht mehr schlafen. So, jetzt ist die Folge alarmiert, in Backnang werden wir alarmiert über solche Funkmeldeempfänger, die jede Folge, wenn man im Prinzip in der Hose hat oder zu Hause liegen hat, das sind alles freiwillige Leute, das heißt, wir kommen dann von zu Hause oder von der Arbeit angerannt. Auf den Teilhauten haben wir noch solche Sirenen, die man dann zur Alarmierung noch zur Unterstützung bezogen. Die gibt es in der Stadt nicht mehr, weil man da nur das flächendeckend alarmieren kann. So, ich glaube, ich höre das erste Fahrzeug schon ankommen. Das ist wahrscheinlich auch ein Luftfahrzeug, oder? So, das ist jetzt das MNF, wo wir auch keine Städte haben. Absitzen. Ja. 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 Ja.